Viele Menschen stehen derzeit vor den Rathäusern, gehen in die Amtsstuben und tragen sich ein für ein Volksbegehren. Das ist ein Anliegen, das die Bayerische Staatsregierung genauso verfolgt. Deswegen lade ich auch, egal wie das Volksbegehren jetzt ausgehen sollte, ein. Meine Sorge ist, dass der Text des Volksbegehrens viel Gutes enthält. Und es ist mir wichtig, alle zu beteiligen, auch Verbände und die Menschen an der Gesetzgebung zu beteiligen. Vielen Dank.